Was machen eigentlich SchreinerInnen und Schreiner? Das wollen wir euch heute zeigen, da nehme ich euch jetzt mal mit. Denn heutzutage steht man nicht nur noch im Bankraum an der Werkbank mit Klöpfel und Stemmeisen, sondern immer mehr computergestütztes Arbeiten findet Einzug. Denn mittlerweile entstehen die Pläne nicht mehr nur auf Papier und mit Bleistift, denn Arbeiten am Computer zählt schon ganz lange zur Tagesordnung. Neben dem ganzen Zeichnen, Planen und Arbeiten passiert hier auch noch was ganz Wichtiges. Und zwar wird ausgebildet. Auch Nachhaltigkeit ist ein großes Thema in der Schreinerei. Deswegen achten wir besonders auf kurze Transportwege. Und wie so ein fertiges Produkt jetzt aussieht, da nehmen wir euch mal mit auf die Baustelle. Die Baustelle